Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Ja, wir hatten eine bullische Woche oder haben eine bullische Woche hinter uns. Konsolidierungszeit an den Kryptomärkten, Breakoutzeit an den traditionellen Märkten. Nächste Woche steht eine Menge, also wirklich eine Menge News an. Hauptsächlich natürlich der Fettzinsentscheid, aber auch noch andere wirtschaftliche Daten und ab Mittwoch wird es meines Erachtens nach ziemlich rund gehen. Wir blicken auf DXY, wir blicken auf den SPX, wir blicken auf den Nasdaq, wir blicken auf Bitcoin und können auch nochmal einen kurzen Blick auf Gold natürlich werfen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalkoppe reinkommen. Wenn ihr Bock habt auf, keine Ahnung, alle neuen News oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Gut, und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und starten wir mit dem DXY, wie immer eigentlich. Wir haben hier wenig Veränderung gesehen, aber, und jetzt ist endlich das eingetroffen, wo wir schon seit, ich sage jetzt mal seit ein paar Wochen immer mal wieder einen Blick hatten, wir sind in diese grüne Box gekommen und haben hier unseren ersten kleinen Bounce gesehen bzw. könnten uns hier langsam aber sicher auf so einen Bounce vorbereiten. Da sprechen natürlich dann auch die News in der Lage und da möchte ich nämlich jetzt gleich schon mal eingreifen. Und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, nächste Woche Mittwoch sind oder ist der Fettzinsentscheid. Man rechnet momentan laut CME Group hier mit 0,25% Zinserhöhung, das ist eingepreist in den Markt und nur 1,6 davon gehen davon aus, dass wir im Endeffekt genauso bleiben. Ich gehe davon auch nicht aus, dass die Zinsen im Endeffekt so bleiben, sondern dass wir hier diesen 0,25% und das ist ja schon ein bisschen so in letzter Zeit, auf Twitter hat man es ja auch schon gelesen, ein bisschen durchgesickert, dass man, sage ich mal, hier mit solchen Zinserhöhungen stattgeben möchte. So, jetzt haben wir aber ein Problem und das Problem ist, dass es der Wirtschaft weiterhin zu gut geht. Wir sprechen jede Woche über die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, wir sprechen über, was weiß ich, Löhne etc. pp. und das ist alles zu gut. Die Arbeitslosenanträge werden weniger, wir sehen noch nicht wirklich, dass es der Wirtschaft beschissen geht, alle erhöhen ihre Zahlen, die ganzen Quartalszahlen sind teilweise bombastisch ausgefallen. Deswegen könnte es immer noch zu so einer kleinen bösen Überraschung kommen. Es ist zwar, wie gesagt, die 0,25% eingepreist am Mittwoch, trotzdem, ich traue den ganzen Brat noch nicht. Es ist auch möglich, dass wir hier wirklich diese 0,5 Basispunkte Erhöhung, also 0,5% Zinserhöhung bekommen, weil es halt eben so Bombe aussieht. Das soll jetzt keine Panikmache sein, aber man sollte sich einfach mal darauf vorbereiten, dass das möglich ist. Und dadurch, die FED hat ja auch schon angekündigt, dass sie die Zinsen länger als gedacht zumindest auf einem Plateau haben möchten. Es kann aber jetzt natürlich auch sein, dass am Mittwoch einfach gesagt wird, okay, wir lassen die Zinsen oder erhöhen sie sogar noch ein bisschen. Sie haben ja auch gesagt, oder Paul hat ja auch gesagt, man muss das über drei, vier Monate ein bisschen beobachten. Das heißt, vorher wird es keine Zinssenkungen geben. Es wird jetzt nur interessant zu hören sein, ob man sagt, okay, man belässt es jetzt bei 5,25, was ja glaube ich angepeilt ist jetzt die letzten Male immer so ein bisschen, und erhöht dann gar nicht mehr oder man erhöht jetzt doch noch mal ein bisschen mehr, nachdem es der Wirtschaft extrem gut geht momentan. Die Inflation, klar, geht zurück die letzten Male. Wir sind glaube ich nur noch bei 6,5%. Auch die Kerninflation geht zurück. Wir hatten jetzt letzte Woche oder am Donnerstag die CPI-Daten. Das heißt, die Konsumerpreisaufgaben sind auch besser ausgefallen, als man denkt. Also man kommt dem Ziel so langsam ein bisschen näher. Außerdem gab es ja immer noch so diesen Ding, man möchte nicht die Inflation auf 2% ziehen, sondern auf 3%. Also wird schon ein bisschen gegengesteuert. Aber was wir nicht erwarten dürfen, ist der Punkt, dass die Fed jetzt sagt, nee, wir wollen da und da die Zinsen auf jeden Fall wieder runter tun, weil das ist zu früh. Sie haben von Anfang an gesagt, drei bis vier Monate muss man warten, bis die ganzen Sachen wirken. Dann kann es natürlich auch schon zu spät sein, dass die ganzen Märkte dann crashen oder dass dann doch ein bisschen was Schlimmeres passiert. Aber darauf müssen wir uns einstellen. Momentan, wie gesagt, die 0,25% sind eingepreist. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Aber wichtiger wird meines Erachtens nach danach die Rede. Ist es längerfristig geplant? Wird überhaupt gesagt, dass die Zinsen ein bisschen runtergesetzt werden, was ich mir nicht vorstellen kann, weil damit würde man einfach die Märkte, die sowieso schon enorm nach oben gepusht sind, einfach noch mehr pushen. Und das ist, glaube ich, momentan einfach nicht gewollt. Und damit nochmal zurück zu den Charts. Das würde sehr, sehr gut passen, wenn die Aussagen vom Powell positiv sind, dass wir hier beim DXY so ein kleines Reversal sehen. Jetzt vernachlässigt einfach mal jetzt diesen doppelten Boden. Der muss nicht unbedingt sein. Kann auch sein, dass wir hier dann einfach so eine V-Shape kriegen. Zumindest bis hier hoch in die 103er Marke, weil wir hier oben dann nochmal so einen kleinen Widerstandsbereich haben. Wir haben hier nochmal so ein kleines Gap, also so eine kleine Ineffizienz. Das heißt, so ein Bounce bis zu dieser Zone hier oben zwischen 103,4 und 103,8. Ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen kurzfristig. Je nachdem, wie dann auch wiederum die Zahlen dann aussehen. Also es ist möglich, dass der DXY jetzt erstmal so ein kleines Reversal erlebt. Klar, Bitcoin hat davon profitiert. Die Märkte haben auf jeden Fall davon profitiert. Also da dürfen wir uns auch noch nicht zu viel Hoffnung machen. Aber wir haben jetzt hier erstmal so einen wichtigen Supportbereich. Sollte dieser halten, beziehungsweise vielleicht nochmal runter, sogar bis 101,2 runtergehen, ist noch im Bereich des Möglichen jetzt für Anfang der Woche bis Dienstag. Und dann diese V-Shape kommen, würde das natürlich auch die Kryptomärkte unter Druck setzen. Aber wir haben natürlich auch eine riesige Rallye gesehen. Wir springen jetzt aber erst nochmal ganz kurz zum Donnerstag. Da kommen wie immer unsere Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Vier Wochendurchschnitt, die die letzten Male immer besser waren als prognostiziert. Und das meine ich eben, das ist immer noch so ein Punkt, da geht es den Märkten zu gut. Das sieht natürlich auch die Fed, das sieht Pole, das sehen die anderen Fed-Vorsitzenden, was weiß ich was. Und solange sich hier kein richtiger Turnaround-Punkt geht, hat die Fed auch keinen Druck, irgendwie die Zinsen weiter, sag ich mal, ein bisschen zu drücken oder sogar ein bisschen runterzufahren. Also da, das immer noch mal ein bisschen Blick behalten. Und dann kommen wir jetzt auch gleich wieder zurück zu den Charts. Und zwar schauen wir uns den S&P 500 mal an. Da waren wir auf jeden Fall diese Woche extrem bullish. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir sind jetzt gerade hier auf dem Daily-Timeframe. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Okay, Golden Pocket, da wurden wir rejected. Neuer Anlauf dann jetzt in dieser Woche. Golden Pocket als Support bestätigt. Nochmal kurz drunter gewickt. Ein bisschen Liquidität geholt. Gap vorher gefüllt. Und jetzt haben wir hier den Bereich um 4.092 Punkten erreicht. Noch kein höheres Hoch. Das ist immer noch so ein bisschen dieses Zünglein an der Waage. Wir sind immer noch in einem Downtrend, auch wenn wir diese Linie durchbrochen haben. Impulsiv war es, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber wir haben noch kein höheres Hoch. Und da müssen wir auf jeden Fall diese 4.100-Punkte-Markte durchbrechen. Durchbrechen wir diese, dann bin ich auch deutlich bullish. Also wir markieren das hier mal blau. Diese Marke muss durchbrochen werden. 4.100 Punkte brechen wir hier drüber. Und es wäre bei positiven Aussagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitag kommen wir gleich noch zu den News. Positiv. Und dann könnten wir hier diesen Bereich nochmal als Support bestätigen. Heißt ehemaliger Widerstandsbereich zu Support. Und das nächste Ziel wäre das Gap hier oben bei den 4.200 Punkten. Das heißt, es wäre nächste Woche nicht gerade verwunderlich, wenn wir hier nochmal so einen 3-4%-Move sehen. Die Quartalszahlen waren teilweise echt gut. Tesla hat gute Zahlen präsentiert, was natürlich auch den Nasdaq dann betrifft. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Aber S&P 500 war einfach wichtig. Endlich mal aus diesem einjährigen Downtrend. Der war, ja, Förderjanuar ist jetzt fast über ein Jahr her. Oder genau ein Jahr her, wo wir unser All-Time-High hatten. Jetzt sind wir aus diesem Downtrend ausgebrochen. Und jetzt muss diese impulsive Bewegung fortgesetzt werden. Und wie gesagt, erstes Ziel sind diese 4.200 Punkte. Sollten die Zahlen negativ sein, was jetzt nicht gut für die Märkte wäre. Auf jeden Fall nochmal so ein Dämpfer. Wird es interessant sein, können wir hier diese 4.000 Punkte Marke halten. Also es heißt hier, retest noch einmal. Unseres Downtrends bricht dieser. Dann, ja, sehe ich auch erstmal ein bisschen schwarzen. Dann könnten wir auf jeden Fall hier nochmal in den Bereich der 3.878 Punkte runterfallen. Und dann vielleicht nochmal diese Lows hier unten testen. Also da wird es interessant sein, Montag, Dienstag, erwarte sogar Mittwoch, bis die Zahlen präsentiert sind, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Rallye erst einmal fortgesetzt wird. Wir sogar ein höheres Hoch bilden. Und dann wird es, wie gesagt, Mittwoch sehr, sehr interessant werden, wie sich das Ganze erübrigt. Aber momentan so eingetroffen, wie wir darüber gesprochen haben, das freut mich auf jeden Fall schon mal. Aber dann blicken wir noch rüber zum Nasdaq. Auch hier aufgrund der positiven Quartalzahlen, das habe ich auch in meinem Portfolio gemerkt, in meinem Aktienportfolio, viel, viel Tech-Werte drin natürlich. Auch endlich mal ausgebrochen. Gleiches Spiel auch hier. Wir hatten hier letzte Woche nochmal drüber gesprochen, dass wir noch nicht in diesen Bereich hier gekommen sind und das geretestet haben. Sind dann nochmal im Golden Pocket rejected worden, abverkauft, die nächste Candle dann sofort grün. Und dann kam eben dieser Impuls. Wir haben das CME-Gap hier oben gefüllt, nochmal dieser Retest und dann eben nochmal nächster impulsiver Move nach oben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch hier haben wir noch so ein kleines CME-Gap. Das machen wir mal ganz kurz weg und zeichnen uns mal dieses Neue an. Und zwar von unserem Close bis hierhin, diesen Bereich. Und das würde auch gleichzeitig nochmal einen Retest bedeuten. Wäre extrem, extrem wichtig. So, jetzt schaut mal hier, wo wir jetzt hier geschlossen haben. Wir haben genau an unserem letzten Hoch geschlossen. Auch nicht wirklich Bullish. Also auch hier, wir sind momentan so in einer entscheidenden Phase. Ihr seht hier, hatten wir Widerstand, Widerstand. Auch hier sind wir nicht mehr richtig an den Widerstand gekommen beim Nasdaq. Also es wird interessant sein, wie die nächste Woche eröffnet. Kriegen wir zumindest gleich diesen CME-Gap Close oder brechen wir drüber und versuchen hier dieses CME-Gap nach oben hin zu durchbrechen bei den 12.643 Punkten. Dann eventuell hier ein bisschen Konsolidierung. Dann vielleicht der kleine Fettdämpfer, um das CME-Gap nach unten hinzufüllen. Würde gleichzeitig den Retest unseres Downtrends bedeuten. Und dann eventuell der nächste Push nach oben. Je nachdem, wie eben dann die Zahlen auch sind. Also da müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber das sind jetzt so die zwei Wege, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. CME-Gap sollte im Laufe der Woche noch gefüllt werden. Würde den Retest bedeuten. Zwar nicht auf der Trendlinie. Muss es auch nicht sein. Aber nochmal, sage ich mal so, auf Höhe einfach dieser Trendlinie. Das wäre zumindest so der Fahrplan. Sollte jetzt, wie gesagt, Montag, Dienstag nichts Umwerfendes kommen, sind die Märkte auf jeden Fall noch in bullischer Stimmung. Die Quartalszahlen waren gut. Und eine Erholung im Nasdaq würde auch ganz gut stehen. Gleichzeitig noch so eine Andeutung eines doppelten Bodens. Aber wir haben hier noch einen weiten, weiten Weg bis zu unserem All-Time-High. Die Tech-Werte leiten weiterhin. Und wir kommen dann hier oben eben bei den 13.000 dann in den nächsten signifikanten Widerstand. Der auch da damals erstmal Support geboten hat. Nochmal Widerstand, Support, Support, Support. Und dann eben als Widerstand anerkoren wird. Also das wären so interessante Bereiche für den Laufe der Woche. Sollten die Zahlen bullish sein. Ansonsten würde ich sagen, haben wir beim Nasdaq gut eingekauft. Auch hier unten diese grüne Box. Das war die Kaufzone von unserem Golden Pocket perfekt hier oben gebount. Und jetzt Trendwende nach oben würde zumindest gut stehen. Dann kommen wir mal ganz kurz. Komm, machen wir erstmal noch den Freitag ganz kurz. Da kommen nämlich auch noch die USA-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Wird auch noch sehr, sehr interessant werden. Wie sind die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft? Die Prognosen gehen immer signifikant runter. Also man rechnet hier oder man erwartet hier eigentlich schon seit Monaten immer eine Trendwende, dass die Beschäftigung etwas zurückgeht. Ja, kommt aber nicht. Wir haben immer die Zahlen um ein Vielfaches teilweise übertroffen. Gut, hier bei den 300k im August noch nicht so, aber danach immer wieder deutlich übertroffen. Vor allem Oktober, November 60.000 mehr als erwartet. Und auch jetzt hier im Dezember, wo die Zahlen dann deutlich nochmal runtergegangen sind, auch nochmal 23.000 mehr. Also das heißt, wir haben auch hier zwar eine minimale Trendwende, dass die Beschäftigung langsam abnimmt, aber die Prognosen werden um ein Vielfaches in die falsche Richtung verfehlt. Die Zahlen sind so bullisch und das ist immer dieses Zünglein an der Waage, wo man immer noch ein bisschen aufpassen muss. Zwecks der FED. Die FED hat die Zügel in der Hand. Die FED hat die Märkte in der Hand weiterhin. Darauf müssen wir uns einstellen. Und daran hat sich auch noch nichts geändert. Solange wir diese Zahlen haben, hat die FED oder muss die FED nicht unbedingt handeln. Dann auch noch am Freitag kommt auch noch die durchschnittlichen Stundenlöhne. Kommt auch noch dazu, auch hier Prognosen meistens so ein bisschen eingetroffen, teilweise sogar ein bisschen überboten, was auch nicht bullisch für uns ist, weil umso mehr Löhne gezahlt werden, desto mehr Inflationsrisiko, weil die Leute auch wiederum mehr Geld haben und sowas. Muss man auch mal anschauen, Prognose 0,3%. Und was auch noch, damit es nicht reicht noch für die Woche, haben wir am Freitag auch noch die USA-Arbeitslosenquote. Die beim letzten Mal, die Prognose waren, wo haben wir es? Hier, Prognose war 3,7. Es ist auf 3,5 sogar gefallen. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist robust. Und das sehen wir ja jede Woche, wenn wir uns hier Arbeitslosenzahlen angucken. Also die Erstanträge. Der Markt ist robust. Prognose jetzt dieses Mal 3,6%. Also minimale Erhöhung hier momentan. Ob das jetzt wirklich eintritt, wage ich irgendwie noch ein bisschen zu bezweifeln, weil die Zahlen gut waren. Auch wenn Google Mitarbeiter entlässt. Der Rest, es entlassen viele Tech-Werte momentan ihre Leute. Aber der Markt ist zu robust. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird wirklich entscheidend für die Märkte. Und damit jetzt auch wieder zurück. Und da schauen wir uns jetzt mal ganz kurz den Dow Jones an, der sich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig bewegt. Nachdem wir hier eigentlich unser Breakout schon gesehen haben und eigentlich nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt sind, haben wir hier so eine richtige Konsolidierungsphase eingeleitet. Das Golden Pocket immer wieder getestet, immer wieder angetestet. Auch diese Woche wenig Bewegung. Und klar, wir haben drüber gesprochen. Auch hier Ziel im Endeffekt eingetroffen. Wir sind ins Golden Pocket gekommen. Auch hier wieder diese Bestätigung momentan. Aber uns fehlt hier noch dieser Impuls. Und das könnte so auch wieder Montag, Dienstag, Mittwoch vielleicht noch. Volumen nimmt hier halt langsam ab. Das ist so, was man eigentlich nicht sehen möchte. Aber trotzdem Luft ist weiterhin hier oben dieser Bereich bis knapp 35.000 Punkte. Erstes Ziel, die 34.878. Einfach hier diese Widerstandszone, diese Daily Supply Zone, die hier oben auf uns wartet. Daran hat sich wenig geändert. Aber Konsolidierungszone weiterhin hier oben. Also es tut sich beim Dow weniger. Dafür SPX und Nasdaq endlich mal ein bisschen hier Breakout-Potenzial. Was auch mal wichtig ist für die Märkte, dass wir auch hier mal ein bisschen mehr Bewegung sehen. Aber wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch vielleicht noch. Könnte auf jeden Fall ein bisschen Bewegung reinkommen. Und dann kommt es wie gesagt Fett, Arbeitslosenzahlen, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, Stundenlöhne, Arbeitslosenquote. Kommt alles dann, was die Märkte dann nochmal deutlich ins Minus reiben könnte. Oder auch komplett für einen Breakout sorgen könnte. Also ich sag mal, vorläufiges Ziel 34.850 bis ungefähr 35.300 Punkte. Das ist das Ziel für den Dow Jones diese Woche. Sollten die Zahlen bullish sein. Ansonsten ist die Möglichkeit hier sogar bis 32.000 Punkte runterzufallen. Auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. So und dann habe ich euch ja versprochen, dass wir uns auch nochmal Gold angucken. Gold? Irgendwie kriege ich es irgendwie nicht richtig hin. Denn auch hier, momentan sehe ich hier keinen Bereich zu shorten. Klar, wir haben eine Bearish Divergence, juckt aber Gold im Endeffekt wenig. Wir sind hier seit Wochen, seit November immer an einem nahen überkauften Bereich. Sehen dann immer so kleine Mini-Korrekturen. Golden Pocket wurde durchbrochen. Also es spricht momentan hier überhaupt nichts dafür, dass wir hier irgendwie einen Crash oder sonstiges sehen. Wir haben immer noch Luft bis 1.967 bis ungefähr 2.000 US-Dollar. Oder das ist so die Marke, wo man eventuell dann mal für einen Gold-Short im Auge belassen kann. Aber der Trend oder the trend is your friend und daran hat sich nichts geändert. Wir haben zwei wichtige Trendlinien, wenn die bricht. Dann noch dieser übergeordnete Trend. Aber momentan sieht nichts nach einer Gold-Korrektur aus. Das zumindest, auch wenn wir hier im Golden Pocket sind, es gilt hier oben die Marke. Sollten wir hier oben am 0786er rejected werden, muss man sich das nochmal ein bisschen genauer angucken mit Bearish Divergence und sonstiges. Aber könnte auf jeden Fall auch noch hier bis Mittwoch deutlichen Auftrieb geben. Und dann schauen wir einfach mal, was die FED und die anderen Zahlen sagen. Ist dann Gold überhaupt noch interessant? Andererseits beim WEF, also World Economic Forum, vor, ich glaube ein, zwei Wochen war es, haben wir auch wieder manche Staaten bekannt gegeben. Sie arbeiten an einer goldgedeckten Währung. China kauft Gold, USA kauft Gold, oh mass. Also ich würde Gold momentan einfach nicht shorten. Das ist einfach, macht einfach keinen Sinn. Deswegen einfach hier ein bisschen die Finger von lassen. Ich bin weiterhin long auf Gold. Also jetzt nicht in einem Trade, aber zumindest, was das ganze Potenzial angeht, momentan einfach noch zu bullish. Gut, dann natürlich noch zum Schluss der Blick auf Bitcoin. Auch hier momentan weiterhin bullische Consolidation. Apropos, wenn ihr Bock habt, dass ich auch mal einen DAX da noch mit reinnehme, könnt ihr das auch gerne sagen. Bis jetzt habe ich ihn ja noch mit rausgenommen, weil Deutschland so sowieso unattraktiv. Aber wir haben auch im DAX halt diesen Jahr 9% plus schon gemacht. Also im ersten Monat des neuen Jahres 9% nicht übel auf jeden Fall. Also wenn ihr da Bock habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Dann nehme ich das zukünftig auch gerne noch mit rein. So, und jetzt aber zu Bitcoin. Volumen nimmt ab auf den Daily Timeframe. Bearish Divergence auf den Daily Timeframe. Spricht eigentlich komplett für short. Würde ich aber nicht. Wir haben immer noch Luft bis zu diesen 25k hier oben, die hochs. Das war dann so dieser Zeitpunkt, wo halt eben auch FTX und alles dann damals war, wo jeder hier gedacht hat, okay, wir gehen wieder auf 25k hoch. Dieser Lauf könnte halt jetzt folgen. Wir haben den ganzen FTX Crash hier schön eigentlich rausgenommen. Hat sich schön wieder in Erholung zugesogen. Und jetzt versuchen wir hier wieder die 25.2. Und die sehe ich weiterhin auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Zumindest bis Mittwoch bin ich da auf jeden Fall noch bullisch. Und dann sehen wir weiter, ob wir hier wirklich einen Breakout kriegen oder ob wir dann wirklich mal die erste Korrektur in Richtung 18.000, 19.000 US-Dollar sehen und wirklich mal unser höheres Tief bilden. Weil dann bin ich absolut bullisch. Dann haben wir eine Aufwärtsstruktur, wenn wir hier diesen Support halten, hier vielleicht noch ein bisschen schön konsolidieren. Und dann auf jeden Fall diesen Widerstand dann hier oben rausnehmen würden. Dann ist die Luft bis 28k oder sogar 32k. Auf jeden Fall im Bereich des Machbaren. Und dann schauen wir weiter. Aber dieses Tief würde ich gerne noch haben, damit wir hier auch so ein kleines Inverse Head & Shoulders hätten. Also nochmal so ein zusätzliches Trendwende-Pattern. Wir würden hier das Golden Pocket auch nochmal testen. Volumen geht so langsam aus dem Markt rausbilden, aber höhere Hostes spricht für mich schon eher für eine Korrektur. Aber ich würde momentan einfach noch nicht shorten. Das Risiko ist noch ein bisschen zu hoch. Das schauen wir uns dann in den kleineren Timeframes, wie gesagt, ja sowieso jeden Tag in den Videos an. Trotzdem, momentan würde ich einfach ein bisschen die Finger davon lassen. Nichts überstürzen. Wir schauen uns das nächste Woche an. Montag, Dienstag eindeutig noch bullisch unterwegs. Ab Mittwochabend wird es dann wieder richtig interessant. Und ich würde sagen, da gehen wir dann auch auf jeden Fall in den Livestream rein am Mittwoch. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge habt, die ich ins Video reinpacken soll, jeden Samstag, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen, natürlich der Telegram-Gruppe joinen. Würde ich mich riesig drüber freuen, euch da drin zu sehen. Und ansonsten hören wir uns zum nächsten Video wieder. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende und hoffen wir auf eine interessante und spannende nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.